Das Schalenmodell beschreibt in der Atomphysik die Elektronenverteilung auf den Energieschalen eines Atoms im Periodensystem der Elemente. Zum Beispiel lässt sich damit die Elektronenverteilung eines Sauerstoffatoms verstehen. Aus dem Periodensystem können wir ablesen, dass ein Sauerstoffatom acht Elektronen hat. Doch wie sind sie im Atom verteilt? Diese Frage beantwortet das Schalenmodell. Jede Schale repräsentiert eine bestimmte Energie. Die Elektronen können diese Schalen besetzen und damit diese Energie annehmen. Jede Schale kann nur eine bestimmte Anzahl von Elektronen aufnehmen. Die Elektronen auf der äußersten Schale eines Atoms werden als Valenzelektronen bezeichnet und sie spielen eine entscheidende Rolle bei chemischen Reaktionen. Die Schalen werden mit Buchstaben gekennzeichnet. Die innerste, erste Schale wird die K-Schale genannt. Sie kann maximal zwei Elektronen aufnehmen. Dann ist sie vollständig gefüllt. Die zweite Schale heißt L-Schale. Sie kann maximal acht Elektronen aufnehmen. Die dritte Schale heißt M-Schale. Sie kann maximal 18 Elektronen aufnehmen. Die vierte Schale heißt N-Schale. Sie kann maximal 32 Elektronen aufnehmen. Woher weiß ich, wie viele Elektronen eine Schale maximal aufnehmen kann? Dazu gibt es eine Formel. Bezeichnen wir die Anzahl der Elektronen, die eine Schale maximal aufnehmen kann, mit N-Max. Dann kannst du diese Anzahl mit der folgenden Formel berechnen. N-Max ist gleich 2N². Hierbei ist N die Schalennummer. Für die erste Schale, die K-Schale, gilt N gleich 1. Für die zweite Schale, die L-Schale, gilt N gleich 2. Für die dritte Schale, die M-Schale, gilt N gleich 3. Und so weiter. Schauen wir uns vier Beispiele an. Zuerst das Wasserstoffatom. Wenn du in das Periodensystem blickst, kannst du an der Ordnungszahl in der Ecke die Anzahl der Elektronen ablesen. Das Wasserstoffatom hat die Ordnungszahl 1. Es hat also nur ein einziges Elektron. Wir beginnen mit der innersten Schale, der K-Schale, und packen ein Elektron drauf. Da das Wasserstoffatom keine weiteren Elektronen hat, hat es nur eine halb gefüllte K-Schale. Das Lithiumatom hat die Ordnungszahl 3. Damit hat es drei Elektronen. Wir beginnen mit der K-Schale. Die K-Schale kann zwei Elektronen aufnehmen, also befüllen wir sie mit zwei Elektronen. Das dritte Elektron kommt auf die nächste Schale, die L-Schale. Das Sauerstoffatom hat acht Elektronen. Zwei kommen auf die K-Schale. Die L-Schale kann maximal acht Elektronen aufnehmen. Daher kommen darauf die restlichen sechs Elektronen. Das Aluminiumatom hat 13 Elektronen. Zwei Elektronen kommen auf die K-Schale. Auf die L-Schale kommen acht Elektronen, dann ist die K-Schale voll. Die restlichen drei Elektronen kommen auf die M-Schale. Die K-Schale. Die K-Schale. Untertitelung des ZDF, 2020